Mittwoch, der 11.05.2016 Ich bin also auf dem Weg nach Hause. Meine Frau ist stabil, wird anders beatmet und das hat ihr wohl gut getan und die Infektion, die sie hat, ist rückläufig. Bedeutet also, geht auch zurück. So, aber der Arzt hat gesagt, es dauert noch eine lange Zeit, also es ist noch ein langer Weg. So, morgen gehe ich wieder dorthin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.